Es ist alles für alle, an allen Orten, in allen Punkten. Ich liebe das Leben. Ich liebe das Leben. Ich liebe das Leben. Liebe das Leben. Im Campo dei Fiori, ihr Partner! Ihr habt mehr Angst als ich. Ihr habt mehr Angst als ich. Poliklinico, next stop, Bologna. Ich liebe das Leben. Die Seele male malere Welt und solange sie lebt, wird auf zum Malen. Malen aber ist sie von Anfang an ein Produktiv in einem Fassen und einer Nachahmen der Natur. Sie ist nicht nur lebendiger Spiegel des Universums, sondern sehender Spiegel. Im Unterschied zum äußeren Auge des Körpers, der nur sieht, wenn es durch fremdes Licht erleuchtet wird, ist das Gesicht des inneren Geistes selbst licht und sehend. Ipsa lux est adque videns. Es reproduziert die Dinge im Geist, damit sie gedacht und begriffen werden können. Die Fähigkeit der Seele aufgrund von Eindrücken der äußeren Sinne, Bilder der Dinge in ihrem inneren Sinn, Spiritus Fantasticus, zu malen, d.h. zu entwerfen und festzuhalten, hat zur Folge, dass ihre Bilder als solche von der Gegenwart der Dinge unabhängig sind. Als Bild, aber ist es wahrgenommener Eigentum der Seele, und schon in die Seele ein und mit der Sinne zu einem Bild komponiert, fängt sie an das wahrgenommener in ihrem Sinn neu und anders zu ordnen. Sie trennt und verbindet, erweitert und verkürzt, steigert und verkehrt, kurz, sie beginnt zu dichten. Es ist alles für alle, an allen Orten, in allen Punkten. Ich liebe das Leben. Ich liebe das Leben. Ich liebe das Leben.